Wo bringen die denn jetzt das Stroh hin? Ach, da unten. Zu der. Okay. Schweine, Schlachterei, irgendwo, hier, hier, immer noch nicht. So, hier sind alle Siedler schon weg vom großen Wohnhaus. Oh, hier kommt Kohle raus. Oh Mann. Eieiei, wie das hier wuselt. Ist das schön. Oh, Bogenschützen. Bogenschützen, Bogenschützen, Bogenschützen. Und hier. Eie, schön, 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 schön. Wie mich das freut. Ich würde sagen, das war das hier auch gerade mal auf Priorität. Das könnte auch nicht mal ein bisschen schneller gehen. Ne? Wir brauchen noch mehr Träger. Ich kann gar nicht genug davon haben. So, da kann noch eine Eisenerzmine hin. Schön, das habe ich mir ja gewünscht. Ein Traum wird wahr. Jahrelang habe ich auf diesen Moment gewarnt. Ja, eine weitere Eisenmine. Schon so lange gewünscht. Jetzt habe ich sie. Vier an der Zahl. Ein Traum wird wahr. Hm? Hm? Ach ja. So, was sagt denn die Uhr? Wie spät haben wir es? Hm? Es ist jetzt viertel nach zehn. Zeit ins Bett zu gehen? Nein! Denn wir spielen ja Siedler. So, hier wuchert gerade alles zu. Vielleicht sollte ich mal den Förster austun. Austun ist auch schön. Ihr wisst schon, ne? Den mal in Rente schicken. So. Schlachterei. Hier so. Nö. Dann halt nicht. So, hier fehlt es noch... Hier fehlt es noch an Stein. Viel an Stein. Also es fehlt viel Stein. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ist ja klar. So. Oh. Kommen denn schon die Bogenschützen? Ja. Schön. Die nächsten. Noch besser. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr. Und die Sense ist fertig. Auch cool. Dann ist da unten gleich der zweite... Äh... Sensenmann? Getreide? Der Bauer, ne? Der zweite Bauer ist dann fertig. Also... Nicht fertig, aber bereit zum Arbeiten. Das wollen wir ja. Hm? So. Vielleicht könnten wir hier sogar... noch eine Eisen-Erzmine. Naja. Nicht so toll, aber... wahrscheinlich besser als gar nichts. Und vielleicht hier... Ja! Die Schweinefarm passt hier hin. Das ist ja wunderbar. Dann können wir jetzt auch wieder einen Förster anschmeißen. So. Und hier, das große Wohnhaus wird fleißig weitergebaut. Wir haben schon wieder alle Siedler verbraten. Äh... War das hier? Ach ja. 109 sind Soldaten. Echt. Und 222... genau... sind... gerade... im öffentlichen Dienst. Oder so. Ne. Keine Ahnung. Als Träger, Bauarbeiter oder... äh... Planierer halt. Beschäftigt. So ist denn schon der erste Wein hier? Ja. Auch schon. Cool. Mensch. Das läuft ja hier. Nie geschmiert. Und jetzt greifen wir, weil man die Asiat mit mir überall Streit macht an. Und... plätten uns einfach. Das wäre natürlich traurig. Aber so könnte es kommen. Wenn wir nicht aufpassen. So. Neue Burg schützen. Jawoll. Schicke ich gleich mal hier vorne hin. Ja... Die Burg ist jetzt voll besetzt. Ne? So? Ja. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Na und? Spiel ich jetzt schon besser? Sag doch mal. Haben wir eure Tipps beherzigt oder habe ich schon wieder irgendwas vergessen? Regt ihr euch schon wieder auf? Wie kann er das nur übersehen? Das ist doch offensichtlich. Gleich wird er angegriffen und verliert. Er hätte hier unten alles dicht machen sollen, weil die da mit kleinen Flößen rüberkommen oder eine Brücke bauen. Das weiß doch jeder. Oder etwa nicht. So, Achtung. Ich trinke gerade mal einen Schluck. Oder halt, ich gieße mir das vorher ein. Gluck, 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 gluck. Hört man das? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Was ist das hier? So ein Mezzo-Mix. Also in der Art. Nicht das Original. Auch kein Schwipp-Schwapp. So. Denn durch das ganze Reden wird einem die Stimme sonst schwach. Ach, ihr wisst es ja. Ihr wisst es ja, wie es ist. Habe ich ja schon oft, äh, deswegen geweint. Hier im Let's Play. Ah. Oho. Passt. Ist hier noch einer rein? Ne. Da passt nur drei. Das schaffen doch auch sich zwei auf den Turm zu quetschen. Warum hier nicht? Naja, egal. So, da kommen wir hier weiter. Da kommen wir mit der Rohstoff. Kommt, Jan. Ups. Und. Oh, wie das. Oh. Also hier, schaut euch das mal an. Hier wieder Überfluss. Warum kriegt der hier eigentlich nichts ab? Ach so. Den vierten Hammer. Äh. Witzig. Haha. So, genug getrunken. Ähm. Ah. Offensivkraft wird schon... Ach nee, nicht die offensivkraft. Die göttliche Aufwertung. Was schon da bei 60%. Junge, nee. Ist ja cool. Och. Guck dir das mal an. Was hier an Rohstoffen rumhängt. Ist ja cool. Wenn die jetzt hier noch den fertig kriegen. Das wäre super. Och, guck. Und die ist auch gleich fertig. Da rede ich mal so ein bisschen und trinke einen Schluck. Auf einmal ist ja alles fertig. Na, schön ist das. Schön. Schön. Äh. Hier unten. Da baue ich gerade mal noch sowas hin. Und dann... Ja, was dann? Och, guck dir das an. Wir brauchen auf jeden Fall... Entschuldigung. Jetzt musste ich aufstoßen. Wir brauchen auf jeden Fall hier unten jetzt, äh... Leitere Schmelzen. Ah. Wir machen am besten... Auch wenn's dann... Obwohl, nee. Wir bauen die mal hier so hin. Auf Zwischenstationen. Auf halbe Höhe. Dann bauen wir die... Waffenschmieden hier hin. Und die Kaserne davor. So. Dann können die direkt hier rausströmen. Und da oben, äh... Auch. So, hier ist alles voll besetzt. Hier aber noch nicht. Hier ziehen die ganzen Planierer wieder ab. Hoho, hoho, cool. Die Massen. Und hier kommen die ersten Siegler raus. Auch schön. Oh Mann, wie das läuft. Ich freu mich. Ich hab echt dazu gelernt. Hab ich so das Gefühl? Wird ja auch langsam mal Zeit in der achten Mission. Die werden wir so herfallen. Einfach mal. So. Oh, wir sind schon... Erste göttliche Aufwertung ist schon durch. Oh, jetzt geht's hier aber los. Wo bringt das denn alles hin? Fehlt hier etwa auch ein Hammer? Oder fehlen einfach die Träger? Das kann natürlich auch sein.